Meine Familie, meine Family, Familie ist die einzige echte Liebe, die es gibt auf dieser Welt. Meine Eltern sind geflohen vom Krieg, durchquerten acht Länder. Sie haben meine Geschwister und mich jeden Abend schlafen gelegt, mit dem Unwissen, was morgen passiert. Wir hatten nix. Ich musste was ändern. Wir hatten verdammt nochmal nix, außer uns, bis das Geld kam. Weißt du, es gab Momente in meinem Leben, an denen ich realisiert habe, dass das Geld mir wichtiger wurde als alles andere. Ich hab mich verloren in dieses Geld. Ich scheiß auf dieses Geld. Aber ohne geht nicht. Family & Money Bearائ Wann Bear 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 c Bear Untertitelung des ZDF, 2020